Also wirklich, wer Meister wird, ist mir relativ egal. Vielleicht werden wir es irgendwann mal, das wäre schön. Aber aktuell die Saison ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Aber ich schaue eher darauf, auf die Konstellation, wer spielt wann gegen wen, wer ist müde, wer hat eine englische Woche, wer kann wie seinen Kader nutzen und was hat das für Auswirkungen auf das nächste Spiel. Das ist für mich so eher relevant.